By Alan Wake Ich schrieb eine Horrorgeschichte, die wahr wird. Thomas Zane tat dasselbe in den 70ern. Keinen Schritt weiter. Wenn ich dem Dunkel weiter gehorche, wird meine Geschichte Alice nicht retten. Es ist eine Horrorgeschichte. Niemand wird überleben. Sie kannten Zane! Thomas Zane! Sie sind die Lady des Lichts aus dem Song! Er ließ etwas zurück, was mir hilft. Den Klicker. Alan dachte daran, als er am Cauldron Lake stand. Den Klicker in der Hand. Er atmete tief ein und sprang. Ich kann jetzt zu ihr. Ich kann es beenden. Ich hatte einen Kater. Das Licht tat mir in den Augen weh. Ich brauchte meine Sonnenbrille und Schmerzmittel. In einem Moment der Selbsttäuschung schwur ich, mit dem Trinken aufzuhören. Die Sonnenbrille machte die Welt wieder erträglicher. Jetzt konnte ich die Augen öffnen, ohne mich wie ein Vampir in der Sonne zu fühlen. Ohne Schmerzmittel würde ich es vielleicht nicht rausschaffen. Die Pillen wirkten schnell. Die Aussicht, wach zu sein, schien langsam etwas erträglicher. Auf dem Anrufbeantworter war eine Nachricht für mich. Eine neue Nachricht. Hä? Schläfst du noch? Aufgewacht, Sonnenschein! Du solltest deine Show auf dem Rekorder haben. Falls Alice nicht zu sauer war, um sie aufzuzeichnen, sie hat mich heute früh angerufen und zur Schnecke gemacht. Okay, wir haben es letzte Nacht wirklich etwas übertrieben, aber diese Partys gehören eben zum Geschäft. Hör zu, ich sage dir das als Frau. Sie tut deiner Karriere keinen Gefallen damit, wenn sie versucht, dein Leben zu bestimmen, okay? Bis später, sieh dir die Show an. Willkommen zurück zur Harry-Darrett-Show. Danke sehr, vielen Dank. Wir haben heute Abend eine großartige Show. Ich spreche mit dem Bestseller-Autor Alan Wake über sein neues Buch, The Sudden Stop. Ja, liest sich gut, glauben Sie. Hey, es liest sich wirklich gut, hören Sie. Ganz ähnlich. Ist das klug? Nein, aber ich tue es trotzdem. Ich habe hier Leute, die mir Inhaltsangaben für Bücher schreiben, aber das hier habe ich wirklich von vorne bis hinten durchgelesen. Ich meine, ich bin ein großer Fan. Wow, danke. Das mag jetzt denen, die das Buch noch nicht gelesen haben, zu viel verraten. Also angesichts der Verkaufszahlen, den zwei Menschen, die das Buch noch nicht gelesen haben. Aber dieses neueste Buch dreht sich nur um den Tod der Hauptfigur. Das knallharten New Yorker Detectives Alex Casey. Das hat für einige entrüstet. Wieso zum Teufel haben Sie Casey sterben? Was haben Sie sich dabei gedacht? Und tschüss. Nein, ernst. Sieben Jahre und sechs Bücher sind eine lange Zeit. Mit einem so miese petrigen Kerl die Arbeitszeit zu verbringen, es hat Spaß gemacht, aber es wird Zeit für was Neues. Beim nächsten Buch widme ich mich ganz neuen Dingen. Sie, selbstsüchtiger Mistkerl, denken immer nur an sich selbst. Sie haben uns über die Jahre in der Tat gut unterhalten. Jetzt, da Sie es erwärten, Casey war ein mieser, bietriger Kerl, hatte nie viel Glück in seinem Liebesleben, war das in irgendeiner Weise Autobiograf. Ja, tatsächlich, Cases Freundinnen starben ihm echt häufig weg. Bei Casey ging es immer nur um seinen Schmerz. Nein, da steckt nichts Autobiografisches drin. Ich bin glücklich verheiratet. Meine Frau ist meine Muse. Meinen Glückwunsch. Schön, das zu hören. Also, wie läuft Ihre Werte-Tour bislang so? Gut, toll. Aber ich bin auch froh, wieder zu Hause in New York zu sein. Sie waren in letzter Zeit tatsächlich oft in der Nacht. Jede Menge Partys und ja. Sie hatten sich mit einem Apparat zugelassen. Oh Mann, der Typ ging mir echt auf die Nerven. Ich bin ausgerastet. Ja, das war nicht cool. Hm, Sie sind berühmt für Ihr Temperament. Und ich habe auch ein paar Bücher geschrieben. Ihr neuerster Roman heißt The Sudden Stop und ist jetzt überall im Handel erhältlich. Kaufen Sie es auf der Stelle, Sie beiden dort draußen, die es noch nicht haben. Meine Damen und Herren, das war's mal wieder. Ich möchte allen heutigen Gästen danken. Alan Wake, Sam Lake. Schnalten Sie noch mal die Grimasse für uns, Sam. Danke. Und für die Musik sorgte die Band Poets of the Fall. Danke und gute Nacht. Wenigstens mein Christi. Ich sagte mir, dass ich damit leben könnte. Hey Schatz, hast du dir die Show angesehen? Ich hab nichts Dämliches gesagt, falls du das meinst. Wofür du wofür? Willst du eine Aspilmuth? Geht es jetzt um die Trinkerei? Weißt du was? Leg dich wieder hin, Alan. Was? Redest du nicht mehr mit mir? Heute Morgen war ich wütend, weil du gesagt hast, du kommst um Mitternacht und du bist morgens um sieben aufgekreuzt und mitten im Satz eingeschlafen. So, das war's. Bist du wütend? Diese verdammte Tour. Sie ist außer Kontrolle. Oh, Liebling. Sie ist fast um, oder? Dann wird alles wieder normal. Dann kannst du endlich wieder schreiben. Tut mir leid, Liebling. Alan, du bist ganz durcheinander. Geh einfach duschen und wieder ins Bett, ja? Ja, du hast recht. Tut mir leid. Wenn das vorbei ist, lass uns verreisen. Ein Urlaub. Nur du und ich. An einem ruhigen Ort. Irgendwie war der Klicker der Schlüssel zu der Hütte. Ich musste zum Caldron Lake zurück und Alice retten. Ich gehe zurück zum See, um es zu beenden. Ich schreibe ein Ende für die Geschichte aus dem Manuskript. Und zwar nach meiner Vorstellung, um alles wieder gut zu machen. Wieso kannst du das nicht hier schreiben? Die letzte Seite steckt noch in der Schreibmaschine. Ich muss erst alles genau durchlesen. Es muss einfach alles stimmen. Zane hat ein paar Abkürzungen versucht und das ging nicht gut. Okay, es kann losgehen. Tut mir leid, Sarah. Ich muss das hier alleine machen. Barry, nimm Ihre Waffe. Miss Weaver, schließen Sie die Tür, wenn ich gehe. Viel Glück, Al. Wir sehen uns später. Als ich rauskam, war es warm und sonnig. Ich hatte den Schalter des Klickers gedrückt. Hatte er das bewirkt? Ich hatte keine Zeit verfragen. Ich musste das Sonnenlicht nutzen, um zum See zu kommen. Auf Zanes Seite stand ich am Rande des Caldron Lake und war kurz davor, den Klicker zu benutzen. Dorthin war ich unterwegs. Allein im Tageslicht, umgeben von der Schönheit des pazifischen Nordwestens, fiel es mir schwer, noch ein letztes Mal die Zweifel runterzuschlucken. Ich konnte immer noch alles auf einen Traum schieben. Eine Wahnvorstellung. Ich besaß genug Fantasie, um mir sowas auszudenken. Die ganze Zeit allein in der Hütte, gefangen in einer Geschichte in meinem Kopf, von der Trauer über Alice Tod und den Wahnsinn getrieben, so wie Hartmann behauptet hatte. Ich würde es nie erfahren. Ich redete mir ein, dass es eigentlich bedeutungslos war. Mein Kurs stand fest. Ich würde es nicht sagen, Untertitelung des ZDF für funk, 2017